Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits die Definitionen der absoluten und relativen Häufigkeit kennen. Du solltest zwischen Bruch, Dezimalzahl und Prozentsatz wechseln können und Werte aus Tabellen ablesen können. Unser Ziel für dieses Video wird sein, den relativen Anteil von mehreren verschiedenen Werten zusammen zu bestimmen. Wir sind jetzt auf Seite 2 des Arbeitsblattes mit der großen Box 7 angelangt. Hier geht es um eine Übungsaufgabe, die aus insgesamt 5 Teilaufgaben besteht. Schauen wir uns zunächst einmal die Angabe an. Wenn an einem Ort an einem Tag mindestens 100 Milliliter Regen pro Quadratmeter fällt, dann sprechen wir von einem Regentag. Alle anderen Tage nennen wir regenfrei. In der nebenstehenden Tabelle sind von jedem Monat im Jahr 2017 die Anzahl der Regentage in Wien dargestellt. Also um diese Tabelle hier geht's. Die erste Aufgabe lautet, welcher relative Anteil der Tage im Jahr 2017 waren Regentage? Pausiere bitte kurz das Video und versuche die Aufgabe selbstständig zu lösen. Den Vergleich machen wir danach gemeinsam. Das erste, was uns aufgefallen sein sollte, ist, dass ein relativer Anteil gesucht wird. Ein relativer Anteil ist auch eine relative Häufigkeit. In diesem Fall geht es ja um die Regentage im Jahr 2017. Da so nehmen wir wieder die Formel, die wir bereits kennen und wir überlegen uns, welche Werte wir in die Formel einsetzen müssen. Um den relativen Anteil der Regentage zu bekommen, dividieren wir den absoluten Anteil der Regentage durch die Anzahl aller Tage. Das heißt, Anteil der Regentage 2017 ergibt sich aus Regentage 2017 geteilt durch Tage insgesamt 2017. Jetzt überlegen wir uns, wie viele Tage das Jahr 2017 insgesamt gehabt hat. Heuer im Jahr 2020 haben wir ein Schaltjahr. Das heißt, das Jahr hat 366 Tage. Das letzte Schaltjahr war im Jahr 2016. Das heißt, das Jahr 2017 war kein Schaltjahr und hat somit 365 Tage. Unser N ist also hier gleich 365. Das können wir auch gleich in die Formel einsetzen. Der andere Teil, also die absolute Häufigkeit der Regentage, erhalten wir aus der Tabelle auf der rechten Seite. Hier haben wir für jeden Monat die Anzahl der Regentage angegeben. Um jetzt also die Anzahl aller Regentage insgesamt zu berechnen, müssen wir einfach nur alle Regentage hier zusammenzählen. Das ist der zweite Teil, den wir in die Formel einsetzen. Ich habe das hier unten gemacht. Dann kommen wir auf im Zähler 11 für den Regentage im Jänner, plus 10 für den Februar, plus 10 für den März und so weiter bis zum Dezember und 365 im Nenner. Die Summe im Zähler ergibt 147 Regentage im Jahr 2017. Das ist die Bruchdarstellung für unser Ergebnis. Wenn wir das in eine Dezimalzahl umwandeln, dann erhalten wir 0,4027 ... und als Prozentsatz 40,27 Prozent. Wir könnten das auch gegebenenfalls kürzen, aber so ist es auch in der Musterlösung angegeben. Da wir jetzt alle drei Varianten, die wir kennen haben, sind wir fertig. Ich habe jetzt auch noch eine Fleißaufgabe für dich und zwar bestimme den relativen Anteil der regenfreien Tage im Jahr 2017. Pausiere auch dafür wieder kurz das Video. Um den relativen Anteil der regenfreien Tage zu bestimmen, können wir gleich vorgehen wie bei Teilaufgabe 1. Das heißt, wir bestimmen zuerst einmal die absoluten Anteile der regenfreien Tage für jeden Monat. Dazu ziehen wir einfach die Anzahl der Regentage von den Tagen in dem jeweiligen Monat insgesamt ab und summieren diese, damit wir wieder die Anzahl der regenfreien Tage insgesamt erhalten. Ich habe das hier gemacht. Wenn wir die 11 Regentage im Jänner von den 31 Tagen insgesamt im Jänner abziehen, kommen wir auf 20 regenfreie Tage. Dasselbe für den Februar, 18 und so weiter und dann zähle ich eben alle diese Werte zusammen und komme auf die Summe 218 regenfreie Tage im Jahr 2017. Die schnellere Variante wäre, dass ich einfach die Anzahl der Regentage nehme und von den Tagen im Jahr 2017 abziehe, also 365 minus 147 ergibt 218. Das Ganze geht noch schneller, wenn wir einfach den Bruch 365, 365 nehmen und diesen Bruch abziehen. Dann kommen wir direkt zur Bruchdarstellung. Dasselbe geht auch für die Dezimalzahlen. Wir nehmen einfach den Wert 1 und ziehen die Dezimalzahl davon ab. Dann kommen wir auf die Dezimaldarstellung in der Lösung 0,5972 ... und für den Prozentsatz können wir dasselbe machen, nur dass wir von 100% abziehen müssen. Das liegt daran, dass die regenfreien Tage das Gegenstück zu den Regentagen sind und wir wissen ja, alle relativen Häufigkeiten zusammengezählt ergeben in Summe 1 bzw. im Falle der Prozentsatzdarstellung 100%. Damit sind wir fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.